In meinem Hotel ist so dünn. Es ist ein Wunderwerk des menschlichen Erfindergeistes. Aber was läuft auf diesem Fernseher? Nur Schrott. Wenn die Zeiten schlecht sind, dann braucht das Volk leichte Unterhaltung, das verstehe ich nicht. Und sonst haben wir 1944 die Vollerzangenbode rausgebracht. Aber wie schlimm müssen die Zeiten sein, dass man das Volk mit solch einem geistig minderbemittelten Schwachsinn bestraft? Reicht hat er. In was für einem Land leben wir? Kinderarmut? Altersarmut? Arbeitslosigkeit? Die Gebotenraten so, Käfi noch nie. Kein Wunder. Wer will in dieses Land schon ein Kind setzen? Wir rasen auf den Abgrund zu. Aber wir erkennen ihn nicht. Denn im Fernsehen, da sieht man nicht den Abgrund. Da sieht man eine Korsche. Ich werde gegen dieses Fernsehen so lange weiter kämpfen, bis wir den Abgrund nicht nur erkennen, sondern bis wir ihn überwinden. Es ist 20.45 Uhr und ab jetzt wird zurückgesendet. Ich werde أي das bis jetzt wieder .